Noch immer sorgen Tiefdruckgebiete in Mitteleuropa für viele Wolken mit schauerartigen Regenfällen und Gewittern. In der kommenden Nacht herrscht vielerorts unbeständige Schauerwetter. Dabei liegen die Tiefstemperaturen um 11 Grad. Am Donnerstagvormittag lassen Wolken örtliche Regenschauer zurück. Die Höchstwerte machen bei 13 Grad Halt. Am Nachmittag wird es minimal wärmer, dazu bleibt es wechselhaft und manchmal regnerisch. Auch am Freitag kann es immer wieder feucht werden. Allerdings klettern die Temperaturen auf Werte um 21 Grad. Der Samstag präsentiert sich ebenfalls, Wolken verhangen allerdings noch etwas wärmer. Und bei Höchstwerten zwischen 19 und 21 Grad wird auch der Sonntag nicht wirklich komplett trocken. Prot cheer CS-2-2-2-3-2-4-7-4-8-5-8-8-5-8-5-8-8-9-8-8-8-8-9-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-6-8-9-8-8-8-8-9-8-8-8. Vielen Dank.